Es gibt ein Haus in Neu-Berlin, man nennt es Haus Abendrot. Es war der Ruin vieler guter Jungs, von mir, mein Gott, lebt sich Not. Freunde und Freunde, das ist es. Sie denken, dass die Krieg vorbei ist. Sie sind schmerz, schmerz, schmerz. Sie haben keine Angst, um sie zu schützen. Und wie immer, sie sind Rock. Das ist nur Sie, Sie! Heute presentieren wir einen Abzor auf die Kulturelle, die bereits kultiviert wurde. Wauw, du bist tot. Wie bist du, Oktoblaska-Wertz? Shootin', Stabbin', Stranglin' Nazis.